Die römische Pietà, bekannt auch als das Beweinen Jesu und die große Pietà, entstand 1942 bis 1943 in Rom. Der einzige Gipsguss der Skulptur steht in der Galerie. Sie befindet sich in einem besonderen Raum, die als einzige Skulptur beleuchtet ist. Neben ihr sind noch vier kleinere Küpfe ausgestellt, Teile der römischen Pietà. Fokus der Darstellung ist der tote Körper Jesu. Er ist als Akt gestaltet und dadurch betont. Er ist abgemagert und knochig dargestellt, im Gegensatz zu den volumenreichen anderen Figuren, eingewickelt in Stoffe. Außerdem steht die physische Seite der Figur nicht im Vordergrund, obwohl seine Geistlichkeit als Initiator der Handlung wird. Die Komposition ist traditionell dargestellt. An der Spitze der Pyramide befindet sich Josef von Arimathea, der den Körper Jesu Christi auffängt und die Frauen, die Knien, ihn langsam runterlassen. Der Belhauer Mestrowitsch hat sich mit dem Thema stark auseinandergesetzt, sodass er den biblischen Figuren seine eigene Physiognomie und seiner Tochter Maria dazu gab. Er gab den beiden Frauen die traditionellen Kopftücher seines Geburtsortes. Mit dieser Vertrautheit der heiligsten religiösen Darstellung bemüht sich Ivan Mestrowitsch, das konkrete menschliche Leiden und den Verlust mit dem größten christlichen Leiden und auch der Rettung zu verbinden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017